hallo und herzlich willkommen zu einer weiterer runde von mario party mit dabei ist heute der letzte youtube hallo hallo ja wir spielen auf dem seitoxin server welche map weißt du das schatzinsel ich habe gleich mal ne fünf gewürfelt ich habe nur ne drei ich bin schlecht ja es bist du sei nicht so gemein zu mir will ich aber okay wenn wir mal gepostet und mir steht zum blp der echte wahrscheinlich ja der echte screen 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 ich bin für das green es wird immer spielt warte mal was ist oder kraft screen nein immer diese lästigen fans nicht ehrlich nehmen hat dies gehört er findet euch lässt die ab und die abonnierten alle kommt stattdessen zu mir doch macht das nicht macht das von mir bekommt es sogar ein eis ich auch ich hab dich auch abonniert zwischen alles so nicht du nicht warum bist du so gemein zu mir weil du ein youtuber bist und mehr abonnierten hast nein schon verkackt da dann entspring ich da lang und dann habe ich mein kopf an der wand dann mit dritter gg irgendwie hat sich karte sound ziemlich verkrüppelt angehört okay dann habe ich auch jetzt ein bonuswürfel ich auch die hexe ok danke jetzt mit sechs gewürfelt und ich habe eine 2 screen screen und ich habe sieben ich habe insgesamt acht gieß gedreckt ist mega und zwar so was von weil ich bin trotzdem noch zweiter ich bin fünfter ich bin auf feld 13 13 die schwarze dreizehung ist ja nicht eigentlich erster das ist mit den nachbarn ja genau ich hoffe endlich mal das kann ich nicht das kann ich nicht aber mir geht so ich habe ein einziger weil du mit würde das ganze ist ja genau ich habe ein einziges mal den dritten platz geholt aber mehr habe ich auch in dem spiel noch nicht geholt weil ich bin viel zu lang ein einziges mal den zweiten platz hier geholt bist du ja besser wie ich als es war es dann für immer mit aufnahmen von ihm daher besser ist nicht wie ich bin gerade ein bisschen behindert ein reihe nur braun habe ich hier kann verkackt ich bin gerade überfordert in der situation ist immer zu suchen auch nicht bin ich jetzt gerade ein bisschen ich bist du schon gewesen es muss noch da ich habe es geschafft hier habe ich den fehler den fehler ich habe ich habe ein instagram was ein instagram was ein instagram ja das muss ich nachbarn instagram logo ach so okay ich habe es auch schon geschafft das erste und lange gebraucht wo ich habe ein instagram logo ja sollte ich ablehnen ich meine die haben wir 20 million euro angeboten um solches aussehen ja vor allem ich bekomme ja auch die hälfte ja 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 sagt ja nicht zu gehen der erste ist aber echt vorher hatten wir auch schon eine runde gespielt da waren hacker drin das waren zwei fly hacker ist natürlich dann auch immer stark ja ich bin grad wieder verplant dankeschön ja ja die erste ich kann es auch nicht dann die wand überhaupt nicht wenn du die wand hinter dir zerschlägt dann kommen dass solche roten punkten wo es war das rote partikel ja ich habe eine vier jetzt aber was immer lustig ist diese fly hacker ja niemand nein das meine ich gar nicht weil damit sagen die gewinnt zwar alle runden wo es da irgendwie drauf ankommt wie zum beispiel jump and run oder tnt run aber die verlieren alle anderen runden wo es nicht darauf ankommt ja es ist generell so dass hacker einfach nub sind die die einfach gewinnen und wollen und nicht können ohne hex zumindest nur auf öffentliche herren gut passt passt gut ich muss ja fünf drücken sonst kann ich nichts ich kann es nicht sehen es ist aber das ist die verpackte märkte ich habe noch nie richtig ihr euch alle davon nein ich sehe nichts ich sehe nichts ich sehe ich ich bin erster gibt es überhaupt noch eine andere map ja es gibt ane ich bin im wasser ich nein ich auch leute mir ich bin einfach vom pferd abgestiegen 5 er schießt 8 sagt bloß steht das nicht im wasser reiten darauf wäre ich jetzt nicht gekommen angeblich oder mehr die gute die sind das habe ich jetzt überhaupt nicht gewusst also die jahre nicht so sich dann nicht drauf gekommen bin jetzt danke das ist wirklich ganz Runde 2 von 2 gut irgendwie habe ich so das Gefühl ich bin ziemlich weit vorne also ziemlich gut dabei ich bin ziemlich weit hinten also ziemlich schlecht so wie immer oh jetzt okay jetzt habe ich hier verloren ja genau wacke ich mich halt einfach wieder runter ich reite hier zurück ich warte wo bist du grad ja ich war eigentlich fast in der zielgruppe so in der zweiten als ob was ja und dann schreibt er nach ha ha keine ahnung wieso ja ich habe nur eins bam warte nein 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 jetzt komme ich wieder aufs browserfeld also ich komme wieder aufs browserfeld muss ein dann wäre es so weit und zwei bitte 22 22 22 22 mindestens zwei ja ich habe bonusfeld 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 vier felder nach vorn ich werde zweit gesetzt ich bin ja wie ich gesagt habe ich kann sie zehnter läuft bitte ich zweiter ich habe diese runde minus eins gemacht ja luft bei dir naja nicht proger wirst du gleich mal glaube ja wahrscheinlich hacker hacker ist geträgt hacker man muss schon sagen das range und das ping aber ja vor allem ist es mal neunziger irgendwas das war stark ausgeprägt grad bei mir ja wahrscheinlich auch komm 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 ich habe eine schaufel schaufel massaker nein ich hätte ihn fast gehabt mit dem bogen die erschwert ich habe einen bogen ich auch wieder beim bogen muss man einfach noch da hinten komm schon bitte ich habe es die holz sagt ich habe schon die holz sagt ich nicht nein in dem spiel brauchen einfach glück oder pech also pech braucht man jetzt nicht unbedingt das hat sowieso ja ich meinte hier auch allgemein mit dem wurfeln und so ist einfach alles was nur glück warte mal slash ping du kannst keine befehle nutzen nice du hast keine rechte dazu ich habe eine 6 gewürfelt ich habe eine 5 haa hätte ich jetzt ne 2 gewürfelt hätte es gefeiert weil da wäre ich wieder auf dem browserfeld ja und dann wieder zweit zurück oh ich bin 13. eine pechzahl du bist zweiter und nicht nur ein feld ist er jetzt nach vorne katapultiert wurden ne gut mini sg ah toll hab schon verloren warum kenne ich irgendwelche spielmodus drankommen die ich auch kann zum beispiel wolkenquiz oder musikparty hehehe musikparty bist eh sowieso zweiter geworden also ja es ist so ich sag ihm halt die ganzen ergebnisse was rauskommt wir haben als beide als einzigste alle richtig fünf punkte der dritte hat nur drei punkte gab und er gewinnt dann halt einfach ja es ist halt wenn beide gleich viele punkte haben dann ist es halt nach coolheit sortiert ja mindest ja auf jeden fall nach coolheit ist auf jeden fall so und dann kommt da von hinten eine 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 oder eine er hat keine ahnung es war eine peach es war eine peach peach meine ich keine bösen wörter keine kraft ausdrücke also darf ich nicht sagen oder was ja da sind kartoffeln 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 das ist das ist man wird sowieso nicht um zu gewinnen begegnet sich zum leuchtfeuer bin ich du bist du aber die toten können nicht mehr gewinnen was manche nicht unbedingt Prozent verstehe just to see es gab mein back es gibt es gab lange Zeit ein Back da hast du selbst in den Tod warst und mir dran warst bekommen lässt in Ruhe der D läuft beim Back zisch zum DLP soll schon und ja genau Prozent kann ich auch so viele Kills genau kann gelaufen hat ja du bist ja abstaunen gekommen ja ich hab dich gerne gestoppt jetzt schwarzen mit zwei medium habe ich dafür noch mal die ist noch mal eine 2 durch eine 4 ich finde das ganze gespame mit den Würfelzahlen richtig blöd irgendwie und ist richtig albern ja ich bin erster Hexen sind nach vorne geflogen Hexen bis zum Ziel ne ich bin ja 14 noch 29 Felder bis zum Ziel bei mir noch 16 bis zum Ziel zis zident bis zum Ziel also ich bin der wenn es die bei mir ist es alles medium ich habe schon mal gewonnen ich glaub sogar in der Aufnahme ne läuft bei mir ich laufe einfach runter es läuft bei mir wieso springt der menschen nicht keine gewalt aus wenn ich will dann sagst du nicht nee ok genau und boing nein letzter sprung so knapp ist nein runter gelaufen hacker hacker alle hacker ich bin vierter platz auch wahrscheinlich reingekommen ist so gemein zu mir das spiel das macht mich traurig wahrscheinlich habe ich bin besser ich habe mit zwei dein applaus ich weiß dass ich gut ich muss halt immer mehr würfeln wie du damit ich glücklich ja toll jetzt bin ich auf platz 3 aber ist ja auch egal wer gewinnt ja bei dem spiel ist ja ich will gewinnen ich will der allerbesteste sein solange ich nicht unter den letzten drei euch mit zum bp aufgleichen macht den screen 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 vor allem die stelle es gerade daran erinnert den shot gemacht samt mehr jetzt mit zombie in einer runde wo es ab ja ich habe einfach nur so ein screenshot jetzt gemacht von ihnen fällt dass ich einen habe für die auch er versammt läuft bei dir ja ich kann es nicht läuft bei dem einen davon ist läuft bei dir du hätte ich habe es einfach fürst schrei geschafft ich bin halt gut abgehoben oder sowas überhaupt nicht abgehoben überhaupt nicht ja ja du bist cool sie lief ja ich bin jetzt auch zurück aber auch diese nachrichten beim ihnen fällt du bist über eine mine gelaufen explodiert jetzt ich habe eine 5 gewürfelt habe ich bin 11 ich bin zweiter ich werde es hinter xylev da ist aber wie viele felder mussten sieben ja in xxl aufnahme dauert schon 16 minuten eine mörder 17 minuten die sich selbst schau dir die erste jump league das erste jump league video auf meine kanal dann halbe stunde waren aber auch zwei runden ankert also ja erst mal schön schleicherung reingehauen jaja bei mir gibt es auch tägliche videos nicht aber trotzdem ich habe mir vorbein lassen aber da nicht doch 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 ich habe nicht bei ihm vorbei den link für sie natürlich ganz um in der schreibe in der in der schreibung in der schreibung der pf okay in der schreibung der pf nicht in der b schreibung nicht in der a-schreibung sondern b-schreibung und auch nicht in der c-schreibung die auch in der b-schreibung wir fangen an richtig scheiße zu machen ist es schon aufgefahren das ist bei mir immer in den aufnahmen ich habe glaube ich gerade ein bisschen schlechten weg eingeschlagen ich auch das waren richtig viele vierer sprünge läuft bei mir ich bin zweiter ich bin zweiter ja wohl läuft bei mir so ist es aber nicht mehr nein ich habe mit drei irgendwie habe ich dieses pech an mir dass ich fast immer ich glaube ich habe jetzt gewonnen oder ja klar ich habe gewonnen ich bin achter okay ich bin ja dann hoffe ich hat euch die folge gefallen wenn ihr mehr mit lecci wollt und allgemein mehr mario party dann lasst doch mal ein leichter schaut beim lieben lecci vorbei der dankeschön erstmal in der folge mitgemacht hat ja zu seinem kanal findet ihr ganz oben in der beschreibung und dann sehen wir uns beim nächsten video wieder bis dahin tschüss tschüss